Wie ist der Himmel auf der Welt? Also mir ist es sehr wichtig. Ich bin katholisch erzogen und habe auch katholisch gelebt, auch gearbeitet. Und ja, für mich ist heute wirklich der Himmel wieder aufgegangen, denn ich hatte das Gefühl, ein Stück weit ausgeschlossen zu sein. Und ich bin dankbar, dass es die Aktion gibt und dass wir Gottes Segen erfahren durften. Für uns war das eigentlich auch überraschend. Wir haben das ganz spontan entschieden, dass wir hier heute hinkommen, weil wir es heute Morgen irgendwie gehört haben. Und jetzt sind wir irgendwie ganz überwältigt, weil wir das gar nicht so berührend und so erwartet haben. Wir haben jetzt vor elf Jahren geheiratet, standesamtlich. Und ich weiß noch, wie mein Vater gesagt hat, und auch der da oben gibt ihm Segen. Und das war uns damals schon super wichtig. Und jetzt einfach in dieser Runde das zu machen, war ein einmaliges Erlebnis. War toll. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020